Ich habe schon aufgehört, du kannst nicht richtig schreiben, du bist behindert. Das tut dann schon weh dann. Wir wollen mehr erreichen. Und Weltspiele, ja! Ich weiß, welche Kraft das entwickelt, wenn in Deutschland ein Sportereignis stattfindet. Meine Mutter hat schon gesagt, die weint, wenn ich da einlaufen komme. So, hier, schneller wechseln! Fußball, das ist mein Leben eigentlich. Hier, Tom, schön direkt. Sehr gut! Twinkle, twinkle, twinkle! Hoi, hoi, hoi! Nein, du musst zu mir! Die anderen sind größer! Das ist für die Scheiße! Wir müssen dann noch mal viel ermutigen, wenn die dann mal ein bisschen Angst hat. Selbst wenn man nicht sportlich erste Wahl ist, kann man zum Erfolg beitragen. Dass wir im Finale sind und Bigot-Medaille spielen. Hi! Hallo, Timo! Hallo! Ich will den Willen nicht verlieren. Guten Morgen! viel Glück quanten Abonniere Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017